Herzlich Willkommen zu Klangfanatisch. Was seit November 2021 an der Oper Halle gegeben wird, bewirbt das Haus völlig zu Recht als Ballett- und Musikspektakel. Doch langsam. Wer mich ein wenig kennt, wird fragen. Orlando im Ballett? Und tatsächlich konnte ich Ballett bisher nicht viel abgewinnen. Es geht mir da wie vielen MusikerInnen. Ich mache Musik. Mein Zugang zu Musik ist das Ohr, weniger der Körper. Tanz, Bewegung, Choreografie, das ist mir alles etwas fremd. Und zwar, ich werde das für die Zukunft etwas korrigieren müssen. Als ich nämlich vergangene Woche im Rahmen des Studiums die Oper besuchte, wurden meine Erwartungen, nun ich würde gerne sagen bei weitem übertroffen, da es sich um eine Hochschulveranstaltung handelte und ich inzwischen gelernt habe, mich durch Gleichgültigkeit vor Enttäuschungen zu schützen, hatte ich offen gesagt gar keine Erwartungen. Vielmehr war ich bis zuletzt unschlüssig, überhaupt abends dafür noch vor die Tür zu gehen. Froh, diese Gelegenheit doch genutzt zu haben, kann ich nicht genug betonen, wie besonders ich fand, was von Michael Sedacek und Ivo Nitschke dem Ballett und der Staatskapelle Halle an diesem Abend geboten wurde. Noch keine Ahnung vom Komponisten, wurde ich von Beginn an vom auffällig präsenten Schlagzeugen mitgerissen, das sich aus den Streicher- und Bläsergruppen wirklich bemerkenswert hervortat. Als Drum-Enthusiast fühlte ich mich, erinnert an das ausgefeilte und kraftvolle Spiel Gavin Harrisons, gleich zu Hause. Auch glitzernde Gespinste einer Reverb-versunkenen E-Gitarre verstärkten von Zeit zu Zeit den Eindruck eines Rock-Konzerts. Dies alles überrascht nicht, denn wer hinter der Musik steckt, ist niemand Geringeres als Ivo Nitschke. Der Schlagzeuger mit 47 Jahren Erfahrung und stellvertretender Solo-Pauker in der Staatskapelle Halle und ferner Mitglied des Händel-Festspielorchesters spielt seit 1976. Ein gutes Jahr, um mit dem Schlagzeugspiel zu beginnen, klingen Rock- und Proc-Errungenschaften noch kräftig in den Ohren junger Musikfans. Auch ist es das Jahr Jaco Pastorios Debüt mit dem Album gleichen Namens. Soweit so konventionell, denken die Fans. Auch mit einem ausgedehnten Percussion-Duet auf Gasflaschen und anderem Metallgerät wartet das Orchester auf. Das in mehrere kleine Stücke gegliederte Ballett erzählt ausdrücklich keine Geschichte. Wie bei einem Album hängen die einzelnen Teile jedoch ästhetisch zusammen und ergeben gemeinsam ein schlüssiges, kohärentes Ganzes. So geben sie dem Publikum ausreichend Interpretationsspielraum, während der Vorstellung eigenen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen Gehör zu schenken. So lese ich Social-Media-Kritik heraus, als die TänzerInnen eine sich im grellen Licht rechteckiger LED-Flächen am Boden windende Tänzerin einkreisen und bedrängen. Auch das Gaffer-Phänomen kommt mir in den Sinn. Und schließlich tragen Bühnenbild und Aufstellung der TänzerInnen zu Assoziationen mit der erfolgreichen Serie Squid Game bei. Die zwei unterschiedlichen Kostüme, silbergrau und rot, sind gender-neutral und verwischen die Geschlechter auf der Bühne. Das Reflexionsspiel mit Lichtern und durchsichtigem Stoff vervielfältigt die TänzerInnen und erinnert mich an Themen wie Einsamkeit im Getümmel, Isolation zu Pandemiezeiten und das Ghosting-Phänomen. Überhaupt wird häufig mit dem Kontrast zwischen Gruppe und Individuum auf der Bühne gespielt. Als die Posaune schließlich eine Motorrad-Szene ins Dunkel der Bühne schießt, hält Komik Einzug und die Bühne wird für einige Momente zur Manege. Immer wieder wird dem Tanzensemble das Orchester gegenübergestellt, das bei diesem Ballett nicht im Graben versteckt, sondern teils ins Bühnenbild gefügt ist und teils aus der Bühne herausgefahren wird, um inmitten des Geschehens für noch größeres Staunen zu sorgen. Von dem, was moderner Tanz erwarten lässt, bekommt man viel geboten, ohne eine Verneigung vor dem klassischen Ballett mit Spitzenschuh zu vermissen. Das Spiel mit Alt und Neu und Tradition setzt sich fort, als sich die TänzerInnen mit nur je einem Spitzenschuh über den weichen Bühnengrund bewegen. Und damit ich nicht an Phrasen und Wiederholungen verfalle, lege ich euch ans Herz, euch die Vorstellung Arthouse, mit einem Sternchen in der Mitte geschrieben, selbst anzusehen und zu hören. Es ist inspirierend und regt zum Denken an. Also genau das, was das Kino schon längere Zeit nicht mehr so recht leistet. Nehmt euch einen lieben Menschen mit und genießt einen musikalisch reichhaltigen Abend mit viel fürs Auge. Bleibt gesund, bleibt klangfanatisch. Untertitelung des ZDF, 2020